Hallo Astro-Rebellin, Astro-Rebell! Hallo an alle meine Zuschauer, die mir aus Deutschland, der Schweiz, Österreich, Liechtenstein folgen. Schön, dass ihr da seid. Schön, dass ihr euch meine schriftlichen Beiträge liest und meine Videos anschaut. Das ist die allgemeine Monatsprognose für Juni 2024. Falls du diesen Kanal noch nicht abonniert hast, überlege es dir, ob du das tatsächlich jetzt tust, damit du in der Zukunft keine Beiträge von mir verpassen kannst. Und nun die Prognose. Hallo, lieber Stier! Zwischen dem ersten und dem dritten des Monats hast du Jupiter in den Zwillingen-Trigon Pluto und Pluto ist im Wassermann. Dein Selbstwertgefühl und deine finanzielle Situation könnten sich im Laufe des Monats verbessern, möglicherweise durch Investitionen oder berufliche Aufstiege. Du könntest auch eine tiefere Einsicht in deine eigenen Werte und Prioritäten gewinnen, die langfristige Auswirkungen auf deine Karriere haben. Wenn du nicht berufstätig bist, dann musst du am Monatsanfang eine wichtige Entscheidung treffen, die langfristige Folgen haben wird. Am dritten des Monats tritt Merkur in den Zwillingen ein. Diese Konstellation bedeutet, dass deine Kommunikationsfähigkeiten bis 17. Juni gestärkt werden, insbesondere in Bezug auf finanzielle Angelegenheiten und persönliche Werte. Es ist eine gute Zeit, mein lieber Stier, um finanzielle Pläne zu schmieden, Verträge zu verhandeln oder wichtige Gespräche über Geldangelegenheiten zu führen. Vielleicht hast du vor, eine wichtige Investition zu tätigen. Am sechsten des Monats hast du einen neuen Mond in den Zwillingen. Ein Neubeginn in Bezug auf Finanzen und persönliche Werte steht bevor. Du könntest neue Möglichkeiten für Einkommensquellen entdecken oder deine finanziellen Ziele neu ausrichten, auch im Hinblick auf das Thema Familie. Am siebten und bis achten des Monats, da ist Venus in den Zwillingen und sie bildet ein Quadrat zu Saturn in den Fischen. Du könntest dich zwischen deinen eigenen Wünschen und den Erwartungen anderer hin und her gerissen fühlen. Es ist wichtig, dementsprechend realistisch zu bleiben und Kompromisse zu finden, um Konflikte zu lösen und langfristige Harmonie zu fördern. Am neunten des Monats, da tritt Mars in dein Zeichen ein. Das ist ganz wichtig für dich. Und das bedeutet, bis 20. Juli wirst du an Entschlossenheit und Handlungsfähigkeit gewinnen, insbesondere in Bezug auf persönliche Ziele und Initiativen. Wenn du keinen Mut hattest, dich mit einem wichtigen Thema auseinanderzusetzen, dann wirst du jetzt mit diesem Transit den Mut finden, jegliche Herausforderungen zu überwinden. Deine Energie und Beharrlichkeit könnten dich dazu motivieren, neue Projekte zu starten oder auch persönliche Ziele vehement zu verfolgen. Am zehnten und bis vierzehnten des Monats hast du Merkur in den Zwillingen und er bildet ein Quadrat Schussatoren in den Fischen. Es ist wichtig, mein lieber Stier, geduldig zu sein und sorgfältig zu planen, bevor du wichtige Entscheidungen triffst oder Verpflichtungen eingehst. Klare Kommunikation und realistische Erwartungen sind in dieser Zeit entscheidend. Am 15. und bis 21. hast du Venus in den Zwillingen, Quadrat, Neptun in den Fischen. Es ist wichtig, realistisch zu bleiben und dich nicht von Träumen oder unrealistischen Erwartungen enttäuschen zu lassen. Klare Kommunikation und eine gründliche Prüfung von Verträgen oder Vereinbarungen sind entscheidend, insbesondere während der zweiten Monatshälfte. Am 17. Juni hast du Venus, aber auch Merkur in Krebs eingetreten. Es ist auch eine gute Zeit, um über deine Gefühle zu sprechen und emotionale Bindungen zu vertiefen. Am 22. hast du einen Vollmond im Standzeichen Steinbock. Du könntest Erkenntnisse über deine Lebensziele und deine Suche nach Sinn und Zweck gewinnen. Es ist eine gute Zeit der Vollendung und des Loslassens, um Platz für neue Wachstumsphasen zu schaffen. Am 23. mein lieber Stier und bis 28. Juni hast du Merkur im Krebs Trigon Saturn in den Fischen. Diese Konstellation ist besonders dynamisch für dich. Dein Verstand wird scharf sein und du könntest klare Pläne für die Zukunft schmieden, die langfristige Stabilität und Sicherheit bieten. Und danach am 29. passiert etwas ganz Besonderes. Wir haben Saturn rückläufig in den Fischen. Dieser Aspekt fordert dich bis 16. November auf, deine langfristigen Ambitionen zu klären und eine klare Vision für deine Zukunft zu entwickeln. Du könntest dich mit Fragen nach deiner Berufung und deinem Beitrag zur Gesellschaft auseinandersetzen. Erinnere dich bitte, mein lieber Stier, dass diese ganz allgemeine Prognose sind. Dennoch, wenn du eine individuelle und genauere, eine ausführliche Prognose brauchst, dann kannst du diese in Form einer professionellen astrologischen Beratung auf meiner Homepage buchen. Und du würdest eine zügige, eine schnelle Antwort nach deiner Buchung von mir erhalten. Wenn es Herausforderungen in diesem Monat auftauchen, wünsche ich dir dabei viel Glück und dass du diese überwindest.